Hauptquartier hier. Oberst, warum ist der Funkkontakt abgebrochen? Wegen der Emission. Während einer Emission ist es unmöglich, die Verbindung aufrecht zu erhalten. Ich verstehe. Also hören Sie. Operation Fairway untersteht nun dem ukrainischen Geheimdienst. Ist Majore Tiktaris dort? Ja. Gut. Er übernimmt ab jetzt das Kommando. Sagen Sie ihm, dass er sich nicht vom Fleck rühren soll. Er wird in Kürze von seinem Vorgesetzten kontaktiert. Verstanden. Major, können Sie mich hören? Major Dektarev hier. Ich kann Sie hören. Gut. Ab jetzt sind Sie für die Durchführung von Operation Fairway verantwortlich. Kowalski und der Stingray Top werden Sie unterstützen. Berichten Sie. Ich bin in den Besitz von Dokumenten über Experimente in der Zone gelangt. Außerdem wurden wir von einem Stalker kontaktiert, der im Atomkraftwerk war. Sein Name lautet Strelok und er hat uns seine Mitarbeit angeboten. Verstanden. Nehmen Sie sein Angebot an. Kennen Sie die Ursache für den Absturz unserer Hubschrauber? Ja, ich habe die Daten und Streloks-Informationen bestätigen Sie. Die Hubschrauber wurden von Anomalien erwischt, nachdem sich die Position der Anomalien während der Emission geändert hat. Die Karte mit den Anomalien, die den Piloten gegeben wurde, hat sich als nutzlos erwiesen. Ihr habt's gehört, Jus. Bleibt zusammen, wenn wir gehen. Und passt auf den Stalker auf. Irgendwelche Fragen? Bereit machen zum Abmarschen. Major, haben Sie einen Augenblick zusammen? Die Fügel sind schon in der Luft. Ende und aus. Abmarschtrupp! Schau sich das einer an. Diese Hunde haben es tatsächlich geschafft. Für den Rechtsdreller. Zombies! Spongebob! 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 3 4 4 4 4 5 5 5 5 ZOMBIE ZOMBIE Wir sind auf dem Weg. Die Fäte verschwinden, wenn wir angegriffen werden. Also sollten sie sich besser beeilen. Verstanden. Wir sind gleich da. Seid auf der Hut und haltet euch an eure Befehle. Die Evakuierungsstelle ist nicht mehr weit. Und los! Schon wieder diese Wichser. Vielleicht sollten wir um das Gebäude herumgehen. Keine Zeit dafür. Mach die Waffen bereit und knall sie ab. Die Waffen bereit sind. Was war denn das? Nicht sterben bleiben. Lauft weiter. Sie sind hier. Lauf. Lauft. Lauft. Macht euch bereit, Mann. Major Dechalen, wir stehen unter starken Beschussmechanern, identifizierten Feind. Wir können nicht viel länger durchhalten. Die Schrauben, die Schrauben, los, los, los! Lass uns, Granata! A Granat! Ich hab ihn! Ich hab ihn! Ich hab ihn! Los! Das war's für heute. Ich bin ein, ich bin ein, ich bin ein, ich bin ein. Auf in die Hubschrauber! Ich hoffe, das war es wert!